Auch in Ostbelgien steht der Pflegesektor vor gewaltigen Herausforderungen, die mit dem demografischen Wandel zu tun haben. Mehr pflegebedürftige Senioren, weniger Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Es wurde eine ganze Menge getan, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Höhere Gehälter, neue Berufsbilder, moderne Infrastrukturen, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Dennoch bleibt viel zu tun, wie sich auch vor kurzem in einer Tagung erwiesen hat, wo Pflegeeinrichtungen ausgetauscht haben auf Initiative von Minister Antoniavis. Da sind interessante Ideen auf den Tisch gelegt worden, wie etwa Rückkehr in den Beruf oder Anwerbung von Kräften außerhalb Ostbelgiens. All das muss nun vertieft und durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.